Hallo liebe Freunde und Freundinnen, guck mal, ich war mit meinem Fräulienchen auf der Trimmertische-Fahrrad. Ja, da gibt es viele Sachen, wo man drauf hopfen kann. Das ist so ein Schaukelbrett. Wenn man da draufsteht, das schaukelt so hin und her. Das ist ganz komisch. Guck mal, da sind so Federriss da unten drunter. Hab mich auch da draufgestellt, aber nur mit zwei Füßen. Das war mir zu wackelig. Und meine Fräulienchen hat sich da auch nicht draufgestellt. Nee, hat die nicht gemacht. Die hat gesagt, ich bin nicht zu alt. Hat sie gesagt? Ja. Obwohl ich das nicht glaube. Ich glaub, die ist nur zu faul dazu. Ja, die ist nur zu faul dazu. Aber die ist mit mir noch eine lange Runde gegeben. Aber die Trimm-Dicht-Fahrrad haben wir nur geguckt, aber nicht gemacht. Ach nee, vielleicht wenn es mal ganz tolles, schönes Wetter ist und so. Vielleicht machst du es ja dann. Oder ich muss es ihr vielleicht mal vormachen, ne? Ja, weiß ich noch nicht so genau. Ich muss immer aufpassen. Also Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall auch einen wunderschönen Tag. Obwohl das Wetter-Dicke-Dings hat gesagt, dass es tatsächlich nochmal anfängt kälter zu gehen. Aha, hat die gesagt. Wo ich mich jetzt schon auf die Sommer gefreut hat. Mann, Mann, Mann. Auf nix kann man sich verlassen. Noch nicht immer auf die Rolle und auf die Petrus. Na, also Freunde, bis dann. Tschüss. Euer Mogli mit die weiße Socke.